Der Schweizer Panzer, Typ 68, vom Jahr 69, aber auch den Zug bei der Schweizer Bahn, der auch in einem Fahrrad der Tübe, mit 660 PS, und das ist der Platz, mit dem wir über unsere Fahrzeuge hier ins Land machen. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's.